Hier haben wir ein sehr modernes Geschäft vom feinsten Supermarkt. Eine Supermarktkette der besonderen Art. Ist das eklig, warum machst du es denn? Zu spät, ich halte es jetzt einfach an. Guck mal, eh ist wieder, eh ist wieder, aber man muss auch schon erklären, wir sind in Hawaii. Ja, aber mach mal lieber den schönen Regenbogen. Oh, man sieht ihn auch noch. Herrlich, Herrlich. Der Mann hat böse geguckt, ist klar. Der Mann kann mal unseren Kuckuck lösen. Ich hab gar nichts gemacht. Wir sind Touristen, japanische Touristen. Die machen das auch. Wir filmen alles, das ist uns grad mal egal. Alles wird gesehen. Schönes Auto. Wir sind hier in Huayaba, ganz oben in den Bergen. Das ist so ein kleines Junkie-Städtchen. Und wir wollen jetzt zum Goodwill. Good, 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 goodwill. Da gibt es nämlich gebrauchte Klamotten für arme Leute wie uns. Gebraucht? Ja, natürlich gebraucht. Meistens wären neue Sachen oder was? Aha! Ich kaufe ja von die Sachen jetzt schon immer da, seit wir hier sind. Und jetzt gerade sagt er, gebraucht? Jetzt will er so wahrscheinlich mehr. Dann kann ich doch mal einen Klamotten hinbringen. Und für hinbringen können wir spenden. Wir kriegen dafür kein Geld. Das ist nämlich Goodwill. Und das ist das Boo-Land. Boo-Boo-Boo-Boo-Land. Und die habe ich gefilmt. Boo-Boo-Boo-Boo-Land. Hier sind viele Army Leute und Junkies. Drowies. 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 Das ist ja eine richtig geile Vor. Ja, in there. And there, right in there ngEx. Kannst du die Lella abschneiden von Tirushi? Ich nehm deinen Müll. Gimmi. Kannst du filmen? Oh ja. Oh ja. Of course. Uno, Stefano. Wir müssen erstmal da hin und dann müssen wir mal schnell... Lella, sag mal Hi! Da müssen wir mal schnell diese Passage und dann können wir auch den Film diesen Laden vielleicht, was es da so gibt. Aloha Shirts auf jeden Fall eine Menge, ganz viele. Das sind diese Hawaii-Kenten, die heißen Aloha Shirts. So. Ach und da, guck mal, der Regenbogen ist über dem Geschäft. Ist es nicht. Ja, die Leila hat sich auch ein paar Schuhe ausgesucht. Komm, Leila, das sind ihre Lieblingsschuhe. Der Regenbogen. Was meinst du? Ne, in Wagen, naja, weiß ich nicht, mal gucken. Vielleicht im Geschäft drinne dann. Ach, die Gasse. Können wir jetzt gar nicht, wir können ja einmal kurz lang gehen. Ne, aber da will ich das auch nicht. Ist der Müll? Schmeiß ich Müll rein. Habt ihr gesehen, Müll. Die Gasse stimmt ja, wir haben ja an der anderen Seite geparkt, dann können wir ja gar nicht. Die Gasse, das war die Gasse. Aber wir gehen da jetzt nicht weiter, weil hier ist er Goodwill. Tschüss.